Android. Das Betriebssystem kennen wir von Smartphones und von Tablets, da hat es sich auf breiter Ebene durchgesetzt. Jetzt, etwa ein Jahr nach Ankündigung, ist der erste Fernseher da, der Philips 55 POS 8809. Wenn man den Fernseher einschaltet und eingerichtet hat, merkt man, dass man so viel eigentlich gar nicht merkt. Er sieht in Anführungsstrichen im normalen Smart TV oder im normalen Philips-Fernseher relativ ähnlich. Und wenn wir ins Menü gehen, man hat hier Kacheln mit Apps, was man auch von anderen Smart TVs kennt. Und zu den bisherigen Apps, die Philips-Fernseher schon eine ganze Zeit lang haben, gibt es auch zusätzliche Apps aus dem Google Play Store. Mit Videotheken wie zum Beispiel Maxdome, Netflix, Watch Ever oder auch Musik-Apps wie Spotify. Und eine ganz gute Auswahl, die das Fernsehprogramm ganz gut ergänzen. Browsen kann man auch mit dem Chrome-Browser. Das war bis jetzt ein Schwachpunkt bei Smart TVs oder bei den meisten Modellen, dass es nur sehr, sehr zäh geht. Hier geht es ein bisschen besser. Und ein großer Vorteil ist auch, dass ich Webseiten mit der Sprachsuche aufsuchen kann. Ich versuche das mal zu demonstrieren. Das ist jetzt ein Live-Test. Computer-Bild. Und zack. Schon sind wir da. Das geht also schon ein bisschen besser als bei üblichen Smart TVs. Aber unterm Strich muss man sagen, es geht. Ein richtiger Spaß ist es nicht. Wer surfen will, nimmt nach wie vor besser ein Tablet oder ein Laptop. Aus dem Google Play Store kann man eine ganze Reihe Apps installieren. Wobei nicht alle wirklich laufen, die angezeigt werden. Und zum Beispiel Film-Apps findet man wenige. Und wenn, dann laufen sie zum Teil nicht. Zum Beispiel der Amazon Store. Der scheitert daran, dass kein Flash auf dem Fernseher sich installieren lässt. Und was dann unterm Strich bleibt, sind in erster Linie Spiele. Andere Apps, zum Beispiel Fahrplan-Auskunft, macht eigentlich auf dem Fernseher wenig Sinn. Das ist mehr was für die mobile Nutzung. Und insofern, es sieht erstmal viel aus, aber praktisch nutzbar ist nicht so viel davon. Ja, noch ein paar Worte zum Fernseher. Das ist ein 55-Zoll-Modell, sprich 1,40 Meter groß. Und ein UHD-Gerät, der hat also vierfache Full-HD-Auflösung. Das sind dann 3820 mal 2160 Bildpunkte. Und auch typisch für besser ausgestattete Philips-Modelle ist das Ambilight. Leuchtdioden, die hinten im Rahmen verbaut sind und rechts und links und oben in der Farbe des Fernsehbildes strahlen. Und damit so ein bisschen den Raum erleuchten. Das lässt sich auch noch mit LED-Lampen im Raum koppeln, mit den Philips Hue. Alles sehr nette Deko. Im ersten Eindruck ist der Fernseher sehr gut. Bildqualität ist hervorragend und er reagiert flott. Nicht unbedingt flotter als andere Geräte der 2000-Euro-Preisklasse. Aber es lässt sich gut mit ihm arbeiten, surfen und so weiter. Nur wer jetzt von Android sich einen Quantensprung erwartet hat, der wird enttäuscht sein.